Lässt sich das Gestrüpp irgendwann mal entwirren? Lässt sich dieser Knoten irgendwann mal aufdröseln oder ist das unmöglich? Ist alles geschreddert? Ist alles zum Teufel, was beweisen könnte, dass Behörden möglicherweise verstrickt sind in den Rechtsterrorismus oder Dinge verschleiern wollten? Das scheint mir eine endlose Geschichte zu sein und endlos schreibt auch Andreas Förster über den NSU-Skandal, über die Verquickung von Behörden und seit neuestem hat er auch eine Spur, dass möglicherweise der Verfassungsschutz den Spiegel unter Druck gesetzt habe im Zusammenhang mit V-Mann-Tarif. Das sind ja unglaubliche Vermutungen und jetzt spreche ich darüber mit Andreas Förster. Schönen guten Morgen, Andreas. Ja, schönen guten Tag. Das wäre ja ein Ding, wenn der Verfassungsschutz den Spiegel dazu gebracht hätte, eine Geschichte später oder überhaupt nicht zu veröffentlichen. Das ist schon harter Tobak, oder? Das ist tatsächlich harter Tobak und gut, ich meine, es gibt natürlich immer so, auch unter uns Journalisten fragt man sich natürlich auch schon, warum manche Artikel erscheinen und warum manche Artikel nicht erscheinen. Manchmal, nicht nur beim Spiegel, auch bei anderen meinungsbildenden Zeitungen, sage ich mal, hat man schon den Eindruck, dass da die Pressestellen der Behörden einen recht guten Kontakt pflegen zu den einzelnen Journalisten. Bloß hier im Fall dieses V-Manns hat das natürlich auch tatsächliche Folgen gehabt, wenn es denn so gewesen sein soll, dass der Verfassungsschutz sich da eingeschaltet hat. Erklären wir nochmal, was da passiert ist. Ein ehemaliger führender Neonazi aus Nordthüringen war viele Jahre V-Mann, V-Mann-Tarif und zählte zu den Top-Quellen des Bundesamts für Verfassungsschutz. So weit, so gut oder so schlecht. Er ist irgendwann ins Ausland gegangen, hat sich selbst abgeschaltet, wie er sagt und dann kommen ja die Ungereimtheiten, oder? Ja genau, also 2001 ist er nach Schweden gegangen, hatte dann nach eigenen Angaben auch keinen Kontakt mehr zum Verfassungsschutz. Hat allerdings, das muss man wissen, im Hinterkopf in den 90er Jahren durchaus auch Kontakt zu Uwe Mundlos, also er kannte Uwe Mundlos. Er hat vor allen Dingen, ein Michael See hieß er damals noch, hat ein Fan sein, also eine Neonazi-Postille rausgegeben, Sonnenbanner hieß die. Und da waren antisemitische Hetzartikel und so, da ist das übliche Panorama an neonazistischen Artikeln drin, aber eben auch mehrere Strategie-Papiere, in denen es darum ging, dass man einen bewaffneten Kampf gegen das System führen muss, sich dazu in den Untergrund begeben sollte, Kampfzellen bilden und von da aus das System bekämpfen. Also eigentlich das, was der NSU dann später vollzogen hat, solche Strategie-Papiere. Und das ist natürlich interessant, wenn ein Neonazi eine Nazi-Postille rausgibt, wo solche Strategie-Papiere drinstehen, gleichzeitig wird der vom Verfassungsschutz geführt. Und dieser Verfassungsschutz, der Verbindungsführer des Verfassungsschutzes, hat sich dann auch noch immer diese Zeitschriften vorher vorlegen lassen, bevor die veröffentlicht worden sind, um zu sehen, sind da vielleicht Sachen drin mit denen, der sich strafbar macht und dann fliegt unser V-Mann auf. Das ist ja, das ist jetzt mehr als delikat, wenn er das Konzept der autonomen Kämpferzellen propagiert, also genau das, was der NSU gemacht hat und ein Verbindungsmann vom Bundesamt für Verfassungsschutz dieser Artikel gelesen hat und sich dann hätte ja eigentlich einiges zusammenreimen können. Und er hat das gegengelesen und abgesegnet. Das ist doch der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, muss man mal sagen. Und das ist vor allen Dingen, wurde das zum Hammer natürlich tatsächlich erst nach dem 4. November 2011, also nachdem sich der NSU selbst enttarnt hatte und die Existenz eben einer solchen Terrorzelle bekannt geworden ist. Wie groß die auch immer ist, ob das wusste die drei waren oder mehr, darüber kann man ja auch lange reden. Aber spätestens von diesem Zeitpunkt an muss man natürlich dann auch wirklich fragen, inwieweit hat der Verfassungsschutz daran, wissentlich oder unwissentlich, ich nehme mal eher an, unwissentlich oder jedenfalls nicht bewusst mitgearbeitet, dass solche Sachen in der Szene diskutiert wurden und tatsächlich auch umgesetzt worden sind. Nun schreibst du von einem Schreiben vom Bundeskriminalamt vom 13. Februar 2013 und der zitiert ja den Verfassungsschutz und analysiert genau das. Bemerkenswert sind die ideologischen, nationalsozialistisch motivierten Artikel im Sonnenbanner zu dem Thema Zellenprinzip, Agieren im Untergrund und so weiter. Das heißt, Ermittlungsbehörden, wie das Bundeskriminalamt wusste eigentlich Bescheid schon 2013, da hätte doch die Aufklärung eigentlich schneller gehen müssen, oder? Das ist wahr, also spätestens zu dem Zeitpunkt hätte vielleicht der Verfassungsschutz aus den Fehlern der, also die NSU-Affäre sozusagen, die tobte ja da schon. Und da hieß es ja schon, der Verfassungsschutz hat viele Sachen verschlafen. Es gab die Anweisung, dass der Verfassungsschutz all seine Erkenntnisse den Ermittlungsbehörden übergibt zu diesem Umfeld. Spätestens da hätte dann natürlich das BfV, das Bundesamt sagen müssen, Ach ja, übrigens, wenn ihr hier schreibt, es sei eine Blaupause gewesen, müssen wir euch sagen, den Mann, mit dem Mann haben wir damals kooperiert. Wir hätten aber auch Zugriff auf den, wir könnten sicherlich mit dem heute reden. Und das ist alles nicht passiert. Das wäre natürlich für den Untersuchungsausschuss des Bundestages, übrigens dieses BKA-Papier stammt schon von 2012, nur ganz kurz zur Korrektur. Also noch länger war das bekannt, darum geht es ja. Aber der Untersuchungsausschuss des Bundestages, das wäre natürlich hochinteressant für die gewesen. Da hätte man nämlich dann an einem konkreten Beispiel Leute aus dem Bundesamt vorladen können, die Verbindungsführer vorladen können, vielleicht sogar auch den V-Mann und dann mal befragen, was habt ihr damals für Kontakte, was habt ihr gewusst, was habt ihr da unternommen, als ihr das bekommen habt. Aber daran hat natürlich das Bundesamt kein Interesse und deswegen ist die Sache auch geheim gehalten worden. Und dann hat aber der Spiegel-Reporter Hubert Gude, hat ja Kontakt zu V-Mann Tarif, der in Schweden, glaube ich, lebt, hat das aufgenommen, hat das eigentlich aufgedeckt, aber nicht so richtig veröffentlicht. Und jetzt ist die Vermutung, gibt es Indizien, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz den Spiegel geraten hat oder wie auch immer, das nicht zu veröffentlichen. Wie erklärst du dir denn das? Ja, das ist tatsächlich mit der Absicht offensichtlich Dinge zu verheimlichen, diese Verbindung zu dem V-Mann-Tarif, also zu Michael See, zu verbergen. Dazu gehört ja erstmal auch, muss man auch sagen, dass unmittelbar nach dem Auffliegen des NSU mehrere Akten, wie wir ja wissen, im Bundesamt für Verfassungsschutz geschreddert worden sind, V-Mann-Akten. Auffällig ist, dass ein Großteil dieser, oder sieben V-Mann-Akten waren es, sechs davon waren eher nicht so dick und nicht so wichtig, aber besonders wert wurde darauf gelegt, dass diese Akte von dem V-Mann-Tarif also vernichtet wird. Und trotzdem hatte der Spiegel-Reporter offensichtlich, so erzählt es jedenfalls Michael See in einer Vernehmung beim BKA, Zugang zu Inhalten noch von vorhandenen Aktenteilen. Denn er hätte ihn im Herbst 2012, also der Untersuchungsausschuss des Bundestages war in der Blüte seiner Aufklärungsarbeit, rief der also an in Schweden, kam wohl auch hin nach Schweden, traf sich mit dem Michael See. Also der Spiegel-Mann. Der Spiegel-Mann mit dem ehemaligen V-Mann. Und er hielt ihm auch Teile aus der Akte vor und befragte ihn dazu. Naja, jedenfalls hat dann der, als er wieder abgereist war und als das Gespräch beendet war, hat sich dann der ehemalige V-Mann an den Verfassungsschutz gewandt und hat gesagt, also pass mal auf, der kam hier und hat mich, hat aus meiner Akte zitiert. Ich bin jetzt in Sorge, dass ich jetzt enttarnt werde und dass man, ja, ich brauche jetzt, ich muss ins Zeugenschutzprogramm. Und daraufhin, so erzählt es, muss man immer dazu sagen, so erzählt es eben Michael See, der ehemalige V-Mann beim BKA, daraufhin habe ihn das Bundesamt für Verfassungsschutz nach Deutschland geholt für zwei Tage, hat mit ihm Gespräche geführt und hat gesagt, na mal abwarten, ob der Spiegel überhaupt die Geschichte bringt. Wir werden uns an die Spiegel-Redaktion wenden und darum bitten, dass es nicht veröffentlicht wird. Und das mit Erfolg, scheint so. Auf jeden Fall ist der Artikel nicht erschienen. Der Artikel ist dann erst anderthalb Jahre später erschienen, als dann der V-Mann durch andere Medien inzwischen enttarnt worden ist. Der Punkt ist eben bloß, dieser V-Mann ist dann tatsächlich erst enttarnt worden im Herbst 2013, als der Untersuchungsausschuss des Bundestages nicht mehr arbeitete. Und hätte der Spiegel eben so frühzeitig seine Kenntnisse auch tatsächlich ins Blatt gebracht, dann wäre das natürlich ein Anlass gewesen für den Untersuchungsausschuss, da wirklich scharf nachzufragen. Das ist versäumt worden. Jetzt kommt man eben eigentlich nicht mehr an die Akten ran, die es angeblich sogar noch geben soll. Also sie sind auch nicht alle geschreddert, so wie es erzählt worden ist, sondern es soll tatsächlich noch sämtliche Quellenberichte geben, dieses V-Manns. Was natürlich hochinteressant ist für den Untersuchungsausschuss. Wir brauchen jetzt bloß einen neuen Untersuchungsausschuss, um das endlich aufzuklären. Oder Journalisten, die das machen, wie du zum Beispiel. Du verfolgst ja auch die Geldflüsse und bist da auch auf Ungereimtheiten gestoßen. Nämlich, dass zu Zeiten, als der V-Mann-Tarif eigentlich schon sich selbst abgeschaltet hatte, irgendwie noch Geld geflossen ist. Aber das lässt sich wohl auch schwer nachweisen, wenn ich das richtig verstehe, weil genau die Akten auch geschreddert worden sind? Ja, es gibt so ein Zentralregister, wo drin steht, von wann bis wann die V-Leute Geld bekommen und welche Summen. Und dann gibt es natürlich eine Akte mit den Quittungen, wo er dann unterschreibt, wenn er das Geld bekommt. Die Akte mit den Quittungen, die ist geschreddert, vernichtet worden, die findet sich nicht mehr an. In der Zentralregistratur sind aber Zahlungen an diesen V-Mann bis 2003 belegt. Er selbst gibt aber an, ab 2001 keinen Kontakt mehr gehabt zu haben. Und er gibt auch an, dass er im Monat so 500, 600 Euro bekommen hat. Nee, damals ja noch D-Mark. Ja, 500, 600 D-Mark. Aber wenn man die Gesamtsumme, die in der Zentralregistratur registriert worden ist, sozusagen aufgeschrieben ist, wenn man die zusammenrechnet und herunterrechnet, bleibt dann ein Differenzbetrag. Da müsste er im Prinzip im Monat gut 1.000 Mark jedes Mal bekommen haben. Und da fragt man sich natürlich, wenn das stimmt, was der V-Mann sagt, muss man dazu natürlich immer sagen, wenn er wirklich so wenig bekommen hat, dann deutet das darauf ja hin, dass ein Teil der unter seinem Namen abgerechneten Gelder irgendwo anders hingeflossen ist. Aber das lässt sich nicht mehr nachprüfen, weil die Quittungen weg sind. Das heißt, da lässt sich vermuten, dass da Geldflüsse verschleiert werden sollten. Und durch die Verhinderung, also durch das Schreddern und auch durch die späte Veröffentlichung des Spiegels, ist das Bundesamt nicht in Erklärungsnot geraten und ist da irgendwie geschützt worden? Oder wie ist das gelaufen? Naja, also dadurch, durch dieses Verhalten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass sie also entgegen der eigenen Zusicherung, man werde jetzt für Transparenz sorgen und selbstverständlich alle Akten dem Untersuchungsausschuss übergeben und alles offenlegen, was man da gemacht hat, indem man sich an diese Zusage nicht gehalten hat, öffnet das natürlich Tür und Tor für Spekulationen. Und der Verfassungsschutz gerät damit tatsächlich in eine Rechtfertigungslage, in einen Rechtfertigungsdruck. Und man kann nur hoffen, dass der Druck dann so groß wird, dass es also auch für einen neuen Untersuchungsausschuss im Bundestag reicht, der sich dann Anfang nächsten Jahres vielleicht bilden könnte, gründen könnte und der dann genau diesen Fragen nachgeht. Da müsste man, der Verbindungsführer müsste vorgeladen werden, der V-Mann müsste vorgeladen werden, man müsste die Akten einsehen, die ja so wie man jetzt, übrigens jetzt zugegeben hat, tatsächlich noch da sind von dem V-Mann-Tarif. Diese Akten müssen eingesehen werden, um genau zu sehen, wie eng, wie dicht war der an dem NSU dran und was hat der Verfassungsschutz eigentlich mit dem alles gemacht in der Szene. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass der Verfassungsschutz auf Landes- und vor allen Dingen auf Bundesebene immer noch verschleiert und versucht Spuren zu verwischen. Ist denn der Druck durch die Politik groß genug, den Verfassungsschutz auf Landes- und auf Bundesebene an die Kandara zu nehmen, groß genug? Sind das ernsthafte Bemühungen oder wie schätzt du das ein? Es sind natürlich, also auf der Bundesebene sowieso keine ernsthaften Bemühungen. Es gab so ein paar personelle Veränderungen, also der alte Chef ist ja abgelöst worden damals oder ist zurückgetreten. Wir haben einen neuen, der allerdings auch keine großen Anstalten macht, jetzt da in seinem Amt aufzuräumen. Es ist auch wieder eine Abteilung Rechtsextremismus gegründet worden, nachdem man die vorher eingestellt hatte und so. Aber also von Transparenz kann nicht die Rede sein und es kann eben auch, es arbeitet ja ein Innenausschuss des Bundestages, der ist ja aktuell, der bleibt auch an diesem NSU-Thema dran. Da werden noch Fragen gestellt und da kommen jetzt immer wieder neue Zugeständnisse des Verfassungsschutzes, dass man, ach ja, da haben wir ja noch eine Akte und ja, stimmt ja, von diesem anderen V-Mann haben wir ja mal 2005 CDs mit Fotos bekommen und auf der CD stand auch NSU, nationalsozialistischer Untergrund. Das ist uns damals aber gar nicht aufgefallen. Das sind alles so eine rätselhaften Geschichten. Dann stirbt ein V-Mann, kurz bevor er vernommen werden sollte. Das sind alles Dinge, wo man sagen muss, das muss wirklich aufgeklärt werden und das kann aber nur das Parlament aufklären. Also im NSU-Prozess in München kann das natürlich nur bedingt erfolgen, weil der Mann da natürlich dann nicht so im Mittelpunkt steht, dieser V-Mann. Aber ein Untersuchungsausschuss kann sich diesen Sachen widmen und es kann eben auch nur ein Untersuchungsausschuss auf Bundesebene sein. Das kann nicht der Landesuntersuchungsausschuss in Thüringen zum Beispiel schaffen, so gut wie der arbeitet, aber der hat keinen Zugriff auf Bundesbehörden. Und das ist der Punkt. Auf die Bundesbehörden, aufs Bundesamt kann eben nur ein Untersuchungsausschuss des Bundestages zugreifen und deswegen brauchen wir den. Und bis es den gibt, gibt es immer noch gute Journalisten, die darüber schreiben, wie unter anderem Andreas Förster für die Wochenzeitung Freitag oder für die Berliner Zeitung. Links zu seinen Artikeln, zu den aktuellen gibt es auch frei.de gleich nachzulesen. Danke dir Andreas und ich wünsche dir viel Kraft für deine weitere Recherche. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.